Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Kaufland. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir auf dem Marktplatz Produkte anlegen können, wie wir uns an Listings anhängen können und alles, was du dazu zu beachten hast. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Im letzten Video haben wir uns mit der Registration beschäftigt. Falls du das Ganze nicht gesehen hast, findest du das Video unten in der Videobeschreibung. Ansonsten auch hier immer und oben in der Infobox. Und falls du sonst auch keine Videos verpassen möchtest, rund um E-Commerce, auch andere Marktplätze wie Amazon und Ebay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. So, im letzten Video, wie gesagt, Registration. Da in der Mail-Bestätigungs-Mail hast du sicherlich auch gesehen, falls du dich registriert hast, stand zwei bis drei Werktage, meine ich mich zu erinnern. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich am nächsten Werktag schon bereits eine Bestätigung bekommen habe, dass ich auf diesem Marktplatz angenommen wurde als Verkäufer und kann mich jetzt nun anmelden und die Registration abschließen. So, wie melden wir uns an? Wir geben unsere Daten hier an, die wir bei der Registration festgelegt haben und dann kommen wir auf das folgende Fenster. Und zwar suchen wir dann hier den Vertriebskanal aus. Kaufland.de haben wir die Möglichkeit, Kaufland Tschechien oder auch die Slowakei. Ich habe natürlich erstmal Kaufland.de genommen. Ihr könnt im Nachhinein diese weiteren Marktplätze auch hinzufügen, wenn Bedarf besteht und da ein gewisser Markt für eure Produkte da ist. Und dann drückt ihr auf Bestätigen und los geht's. So, dann kommt das folgende Fenster und zwar legt hier Kaufland direkt die Aufgaben fest, die noch abzuschließen sind, um hier den Verkauf auf dem Marktplatz quasi zu starten. Ja, und das sind wirklich die wichtigsten Angaben, die noch fehlen. Und heute schauen wir uns natürlich hier diesen Bereich an. Und zwar sind das die Angebote und die Versandgruppen. Legen wir fest. Wir schauen uns an, in welchen Menüpunkten wir das Ganze festlegen können. Ich habe es bereits festgelegt. Dementsprechend kann ich euch auch im Dashboard die Menüpunkte soweit zeigen. Falls ihr das Ganze direkt hier in der Übersicht macht, was ihr auch natürlich solltet, dann könnt ihr hier auf Bearbeiten drücken und gelangt direkt in diese Option. So, die weiteren Punkte, wie ihr schon seht, sind hier die Unternehmensangaben, steuerliche Informationen, aber auch Rechtstexte insbesondere. Das werden wir in dem Folgevideo bearbeiten. Wenn dich das interessiert, kannst du direkt hier oben in der Infobox schauen oder auch unten in der Videobeschreibung. So, aber auch optionale Sachen, wie auch das Warenlager oder Angaben, wie die EEE-Registrierungsnummer oder Batterienummer, werden wir uns auch hier anschauen, wo wir diese Daten eintragen können. So, bevor wir bei Kaufland.de ein Produkt erstellen können, müssen wir erstmal eine Versandgruppe festlegen. Und wenn ihr auf Bearbeiten klickt in der Übersicht, kommt ihr direkt hier auf diese Option, ansonsten über Einstellungen, Versandeinstellungen. So, und dann habt ihr die Möglichkeit zwischen Paketversand und Spedition zu wählen. Für beide Versandgruppen könnt ihr jeweils auch eine Gruppe hinzufügen. Ihr seht es hier, ich habe das erste als Standardversandgruppe DHL gewählt in meinem Fall. Ihr könnt aber mehrere Versandgruppen wählen, um hier gegebenenfalls auch gewisse Versandgruppen mit Versandkosten festzulegen und auch kostenlosen Versand anbieten. In der Regel reicht aber eine Versandgruppe, falls ihr das Ganze von eurem Lager versendet und nicht per Dropshipping oder anderweitig das Ganze macht. Das schauen wir uns aber auch gleich bei den Warenlagereinstellungen an, was da in Bezug auf Fulfillment Services und Dropshipping in Verbindung steht. Kommen wir erstmal zum Paketversand. Zuerst einmal könnt ihr hier den Namen festlegen und zwar Paketmuster mache ich mal. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die Uhrzeit zu benennen und festzulegen, bis wann ihr am gleichen Tag die Pakete noch bearbeitet und versendet. Hier habe ich 14 Uhr angegeben in meinem Fall. Bei euch kann das anderweitig sein. Wenn ihr bis ganz spät macht und die Pakete dann vielleicht auch an eine Packstation einliefert, dann könnt ihr das eventuell auch bis 18 Uhr machen und so weiter. Das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Wichtig ist nur, dass bis zu dieser festgelegten Uhrzeit auch die Pakete am gleichen Werktag eingescannt und übergeben werden müssen an DHL oder an anderen Versanddienstleister. Des Weiteren hier die Region habe ich hier Deutschland stehen. Eine mindestens muss hier sein. Das ist standardmäßig für den Marktplatz Kaufland.de. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, Versandkosten festzulegen. Ihr könnt Versandkosten festlegen. Ich empfehle euch diese aber auf Null zu setzen und dem Kunden kostenlosen Versand anzubieten. Das sieht immer besser aus für den Kunden und kalkuliert den Preis für die Versandkosten einfach in den Preis vom Produkt mit ein. Zusatzkosten, falls weitere Produkte gekauft werden vom selben Käufer. Das kann natürlich je nach Menge und Gewicht eines Produktes auch zusätzliche Kosten entstehen lassen. Das könnt ihr für euch festlegen. In meinem Fall aber Null. Und ihr habt noch die maximalen Versandkosten, die ihr festlegen könnt. Auch hier könnt ihr Versandkosten benennen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen gewissen Bestellwert anzugeben, bei dem keine Versandkosten berücksichtigt oder anfallen und ab wann Versandkosten anfallen. Das könnt ihr hier festlegen. In der Regel wird es hier so sein, dass ab einem gewissen Bestellwert einfach keine Versandkosten sind. Wenn ihr aber sowieso schon Null anbietet, dann braucht ihr hier nichts anbieten oder nichts auszufüllen. Des Weiteren haben wir hier die Transportzeit, die ihr unbedingt festlegen solltet. Es kann natürlich von Versanddienstleistern von Versanddienstleistern unterschiedlich sein. In meinem Fall ist es DHL, 1 bis 3 Werktage ist so die Regel. Das gebe ich auch so an und das wird dem Kunden auch dementsprechend angezeigt. Und als letztes haben wir hier den Punkt, die Adresse. Hier können wir zum Beispiel verschiedene Adressen angeben, die wir beliefern können. Zum Beispiel mit DHL können wir normale Straßenadressen beliefern, aber auch Parkstationen und Paketshops. Ihr könnt das für euch festlegen, falls ihr mit anderen Versanddienstleistern versendet, müsst ihr dementsprechend hier schauen. Und wenn ihr das Ganze soweit festgelegt habt, drückt ihr auf Versandgruppe speichern und habt schon direkt eine weitere Versandgruppe angelegt. Und diese könnt ihr dann bei der Produkterstellung auswählen. In meinem Fall halt DHL Versand, das war jetzt nur das Muster. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, ein Warenlager anzulegen, von wo aus die Pakete versendet werden. Insbesondere zählen dazu auch Dropshipping und Fulfillment-Dienstleister. So, ihr drückt hier auf Warenlager hinzufügen und gelangt dann zu dieser Ausfüllmaske, wo ihr dann wieder einen Namen gebt. Ich mache hier mal Muster, Lager. So, des Weiteren habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ist es mein eigenes Lager oder ist es ein Dropshipping- oder Fulfillment-Dienstleisterlager. Das müsst ihr dementsprechend hier wählen. Und natürlich müsst ihr dann die Daten eures Dropshipping-Lagers oder Fulfillment-Dienstleisters angeben. Falls ihr nicht genau wisst, welche Adressen das sind, von wo genau versendet wird, weil die können ja einen Firmensitz woanders haben und ein Lager woanders, da bitte ganz genau nachfragen und hier die Daten dann eintragen. Auch könnt ihr festlegen, ist eine Lagerabholung möglich, also direkt am Lager, ob die Ware da abgeholt werden kann vom Kunden. Wenn nicht, dann legt ihr soweit die Adresse fest und drückt auf Speichern. Dann habt ihr dementsprechend ein Lager ausgesucht und könnt das bei der Produkterstellung dann auch berücksichtigen und die Auswahl treffen. Über die Navigation Angebotsmanagement habt ihr hier die Möglichkeit Angebote anzuklicken und könnt hier direkt über diese Seite oben rechts ein neues Angebot erstellen oder ihr könnt Angebote importieren. Eine weitere Möglichkeit der Angeboterstellung und Listung habt ihr noch über Schnittstellen, wo ihr dann per API-Zugang dementsprechend Produkte inserieren könnt, diese importieren könnt, was vollautomatisch passiert. Dazu werde ich ein separates Video machen, das würde sonst hier den Rahmen sprengen. Ich klicke mal auf Angebote importieren und dann kommt das folgende Fenster, wo ihr dann einen Vertriebskanal auswählen könnt. In meinem Fall ist es Kaufland.de und dann habt ihr verschiedene Dateientypen, die ihr wählen könnt. Wir haben hier Kaufland-Dump-Datei, wir haben hier Inventory-CSV-Datei und ein paar andere noch. Da werde ich speziell nochmal ein Video machen, falls du genau weißt, dass es deine Datei ist. Du kannst das natürlich auch ein bisschen ausprobieren, ob die Datei, CSV-Datei jeweils funktioniert. Dann kannst du es hier auswählen und die Datei hochladen und dann wirst du dementsprechend sehen, ob alles vollständig und korrekt auch inseriert wird oder nicht. Heute schauen wir uns insbesondere an der klassischen Angeboterstellung, wenn wir zum Beispiel ein neues Angebot inserieren möchten. Klicken wir auf Angebot erstellen. Dann kommen wir auf die folgende Seite, wo wir auf Kaufland.de ein neues Produkt erstellen können. In der Regel hat Kaufland ein Katalog, wo schon ganz viele Produkte gelistet sind. Anhand der ERN-Nummer können wir beispielsweise ein Produkt schon hier inserieren. Wenn du Handelsware verkaufst, dann gibt es definitiv eine ERN-Nummer, die du benötigst. Und wenn du diese hast, gibst du die hier mal eben ein und dann siehst du direkt, ob das Produkt gelistet ist oder nicht. Und ich habe jetzt hier mal ein Produkt von Lego genommen und sehe, es ist gültig, es ist verfügbar. Über die ERN-Nummer hat er es direkt gefunden. Ihr könnt aber auch, wie ihr hier gesehen habt, auch nach Hersteller- oder Artikelbezeichnung suchen und vielleicht das jeweilige Angebot finden. Aber in der Regel ist es 100%ig identifizierbar über die ERN-Nummer. So, wenn du das Produkt jetzt hast, genau das identische Produkt, dann kannst du hier auf Angebot erstellen klicken und dich an das Listing, was bereits ja besteht, anhängen. Und das ist ganz einfach. In der Regel legst du dann nur noch ein paar Daten fest, wie zum Beispiel den Zustand, deine SKU-Nummer. Wenn du zum Beispiel einen eigenen Artikelkreislauf hast mit Artikelnummern, dann gibst du hier den Bestand ein, der wichtig ist. Du gibst das Lager an. In meinem Fall habe ich hier ein Lager festgelegt. Wir geben hier dann aber auch den Preis an, zum Beispiel 70 Euro. Auch gibt uns Kaufland hier die Möglichkeit, eine Tiefpreisautomatik zu nutzen. Wenn wir das anklicken, können wir hier unseren günstigsten Preis, was wir für dieses Produkt haben möchten, festlegen können. Und so würde es den anderen Anbieter, Händler immer unterbieten. So, des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, das klicke ich mal weg, Versand und Lieferung. Wir können hier die Bearbeitungszeit festlegen, wie viele Arbeitstage brauchen wir, um das Produkt versandfertig zu machen. Zum Beispiel bei 0 würde es am gleichen Tag versendet werden. Falls du aber zum Beispiel einen Tag Bearbeitungszeit brauchst, um das Produkt versandfertig zu machen, dann siehst du es hier, werden die Werktage dementsprechend, bis das Produkt beim Kunden ankommt, immer weiter nach hinten geschoben. Eins bis drei Werktage, bei einem Tag werden es schon zwei bis vier Werktage. Dementsprechend solltest du das beachten. Und dann haben wir noch die Versandgruppe, die wir auch festlegen können. Und dann hast du hier noch die Möglichkeit, Produktdaten anzuschauen. Die Produktdaten sind ja bereits festgelegt, weil das Produkt ja schon gelistet ist auf dem Marktplatz. Und ja, eigentlich kannst du hier noch einige Sachen ergänzen, wenn du möchtest. In der Regel würde ich hier nichts machen, weil wenn ein Produkt schon gelistet ist, ist es eigentlich auch gut beschrieben. Sollten dir dennoch Fehler auffallen, kannst du natürlich einen eigenen Vorschlag senden, um die Sachen zu korrigieren. Aber auch Bilder kannst du hier weiter hochladen. Beachte hier alle Bilder, die du hochlädst, übergibst du auch die Rechte an kaufland.de. Und dementsprechend kannst du das hier soweit vervollständigen. Wenn das soweit passt, dann kannst du hier dann auf das Angebot erstellen drücken. Und hast dann die Möglichkeit, dich dem Listing anzuhängen. So, die andere Möglichkeit ist, wenn du genau siehst, dein Produkt ist nicht aufzufinden, ja. Weder mit einer ERN-Nummer, nach Hersteller, aber auch Artikelbezeichnung ist dein Produkt einfach nicht zu finden. Dann kannst du hier ein neues Produkt anlegen. Und im Grunde genommen ist es das Gleiche, wie auch bei dem Listing anhängen. Nur hier musst du dann dementsprechend alle Produktdaten und Attribute selbst festlegen und beschreiben. Zuerst einmal wählst du deinen Vertriebskanal. In der Regel ist es hier der Standard-Vertriebskanal, der schon gewählt ist. Du kannst aber auch sagen, nein, ich möchte das Ganze auf den anderen Marktplätzen listen. Und dann hast du hier die Möglichkeit, eine ERN-Nummer einzugeben, ja. Dann prüft Kaufland nochmal genauestens nach, ob das im Katalog wirklich nicht verfügbar ist. Erst dann hast du die Möglichkeit, auf Speichern zu drücken und die jeweiligen anderen Produktdaten anzugeben. So, ich habe jetzt mal ein Produkt herausgesucht, was auf Kaufland noch nicht verfügbar ist, laut meinen Reporten. Und dann gebe ich die ERN-Nummer hier an und drücke auf Speichern. Und wie ihr seht, eröffnen sich uns dann die jeweiligen anderen Produktdaten, die wir festlegen können. Tatsächlich sehe ich hier schon einen aktuellen Titel, der hier festgelegt wird. Falls es bei euch wie auch bei mir über die Schnittstelle gewisse ERN-Nummern aussortiert worden sind, die noch nicht auf Kaufland gelistet sind, dann hat er eventuell bei der Übertragung schon Daten natürlich übertragen. Und ich habe hier schon einen Titel stehen und kann diesen noch weiter ergänzen. Aber in der Regel, das, was übertragen wurde, ist auch schon korrekt. Jedoch habe ich trotzdem die Möglichkeit, hier einen weiteren Vorschlag zu benennen, wie zum Beispiel den Titel, der ja sehr wichtig ist. Achtet da wirklich auf die Keywords, dass ihr da die relevanten Produktdaten und Namen definitiv hiermit gut angibt, um gut gefunden zu werden. Des Weiteren haben wir hier Suchbegriffe, die wir auch noch hier einfügen können, mit einem Komma getrennt, um hier noch besser im Listing gefunden zu werden. Des Weiteren haben wir hier die Beschreibung, die auch schon in meinem Fall importiert wurde. Aber auch hier habt ihr noch die Möglichkeit, weiterhin noch Ergänzungen zu machen. Bilder, auch hier habt ihr hier die Möglichkeit, weitere Bilder hinzuzufügen. Gar kein Problem. Achtet darauf, dass die Größen dementsprechend so groß sind und maximale Dateigrößen nicht überschreiten. Und so weiter. Das sind die Anforderungen für Bilder. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, auch die Kategorie zu wählen. Hier könnt ihr dann dementsprechend genau schauen, ist das mit dem Artikel die richtige Kategorie, die hier vergeben wurde. Und zum Schluss habt ihr die Attribute. Wir haben hier verschiedene Attribute, die wir hier noch weiterhin hinzufügen können, wie zum Beispiel die Milliliteranzahlen oder auch Gewichte. Wir können hier Herstellernummer vergeben, eine UVP vom Hersteller und vieles, vieles mehr. Das können wir dementsprechend hier noch hinzufügen. Und wenn wir das Ganze hier soweit vervollständigt haben, können wir hier das Produkt versenden an Kaufland. Und Kaufland würde das Produkt dann prüfen und dann in ihren Katalog mit aufnehmen. Und in der Regel dauert es nicht lange. Dann ist euer Listing vollständig und ihr könnt dann bei den Angeboten sehen, ob das Produkt online ist oder nicht. Bei den Angeboten habt ihr hier dann dementsprechend die Übersicht der aktiven und inaktiven Angebote. Ihr habt hier dann den Artikelnamen, den Zustand seht ihr hier, die Stückzahl, wie viel ihr wovon habt. Auch den Preis seht ihr direkt. Buybox-Ranking wird euch auch direkt angezeigt, auf welchem Platz seid ihr mit dem jeweiligen Produkt. Wichtig ist hier, berücksichtigt wird auf dem Marktplatz Kaufland der Preis natürlich an erster Stelle. Dann die Lieferzeit, umso schneller, umso besser. Und aber auch verschiedene andere Kriterien, wie Attribute und so weiter, können hier eine Rolle spielen. Dementsprechend schaut euch das genau an, um hier immer auf der Buybox gut platziert zu sein. Ihr könnt die Preisautomatik nutzen, sodass ihr dann immer wieder nach oben rutscht und dann für den Kunden angezeigt werdet. Aber auch der Status seht ihr hier, soweit zu den Angeboten gesagt alles. Falls du noch Fragen hast und du hast Probleme bei der Erstellung eines Angebots oder beim Importieren, dann gerne einen Kommentar unten in die Videobeschreibung hinterlassen. Ansonsten kannst du auch jederzeit Kaufland.de direkt kontaktieren, um hier gegebenenfalls Fragen und Probleme zu klären. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und konnte dir hier einen Einblick zeigen, wie du ein Produkt bei Kaufland inserieren kannst. Schau dir unbedingt das weitere Video an, wo wir dann die Rechtstexte und weitere Einstellungen in unserem Verkäuferprofil bei Kaufland.de festlegen. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.